Meistens stellt man sich ja einen Chemiker als einen Mann vor, in einem weißen Kittel, der irgendwelche Sachen zusammen mischt. Und ich denke mir, das wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, sich mit der Terminologie und den Ideen von Mischungen zu beschäftigen, also Mischungen. Und vor allem werde ich hier jetzt über homogene oder homogenisierte Mischungen sprechen. Homogenisiert heißt, dass ich eine etwas homogen gemacht habe. Also homogen, homogene Mischungen. Und jetzt fragst du dich wahrscheinlich, was heißt homogen? Das heißt uniform oder eben einheitlich und es gibt eben keine Veränderung innerhalb der Mischung. Und das typische Beispiel ist homogenisierte Milch. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal frische Milch gesehen habt, wie die direkt aus der Kuh rauskam. Das sieht so aus, dass das Fett und die eher wässrigen Anteile sich schnell voneinander trennen. Und nach einer Weile sieht es so aus. Du hast hier oben einfach das Fett und hier unten hast du eher die wässrigen Anteile. Und bei einer homogenisierten Milch heißt es, dass das Fett gleichmäßig verteilt ist in der Milch und nicht oben schwimmt. Und das ist die homogenisierte Milch. Und es ist eben schön gleichmäßig verteilt in der Milch, das Fett. Und du hast eben oben hier nicht mehr diesen Fettfilm, der da oben schwimmt. Und das heißt also homogenisiert. Und eine homogene Mischung ist letztendlich das Gleiche. Und diese Sache der Homogenisierung kann man also noch weiter unterscheiden. Und zwar je nachdem, wie stark das homogenisiert ist. Es kommt auf die Größe an. Und zwar wenn Partikel größer als 500 Nanometer sind. Und das heißt also, es ist ein Billionstel Meter. Also es sind schon ganz schön kleine Partikel. Und wenn also die einzelnen Teilchen, die gelöst werden, größer als 500 Nanometer sind, dann nennen wir das Ganze eine Suspension. Und was jetzt wichtig ist bei der Suspension, egal was du jetzt mischt oder was du eben da in Suspension bringst, fangen wir einfach immer mal mit Wasser an. Und da habe ich jetzt eben diese relativ großen Partikel drin, größer als 500 Nanometer. Was passiert nach einer Weile? Sie gehen auf den Boden. Sie sinken langsam auf den Boden runter. Einfach, weil sie schwerer sind als die Lösung, die sie umgibt. Und wie kannst du sie wieder in Lösung bringen? Indem du eben die Lösung wieder umrührst. Typisch ist es zum Beispiel, wenn du eine Farbe hast. Wenn du, du willst, deine Wand einstreichen, dann musst du die Farbe vorher anrühren, damit es eben wieder schön ist. Ein anderes schönes Beispiel ist Schokoladenmilch oder Kakao. Wenn du also Schokolade in Milch einrührst, Schokoladenpulver, wenn du das jetzt rührst, dann sieht es sehr schön aus und braun aus. Und wenn du da eine Weile wartest, also es sieht erst so aus, dann hast du diese Schokoladenstückchen, die da drin sind. Und wenn du das jetzt eine Weile rumstehen lässt, dann sinkt einfach die Schokolade nach unten, am Boden des Glases und dann sieht das eben so aus. Und manchmal ist es auch so, du hast, dass oben was schwimmt, aber egal ja wie, es ist also so, dass die Mischung sich wieder trennt voneinander nach einer Weile. Und was passiert jetzt, wenn die Partikel kleiner sind? Wenn die beispielsweise 2 bis 500 Nanometer nur groß sind, dann nennt sich das Ganze Koloid. Und als ich in der Schule war, dann dachte ich mir, was ist denn ein Koloid? Ja, hat es irgendwas mit irgendwas im Darm zu tun, mit dem Kolon, aber das stimmt nicht. Es ist eine homogene Mischung, wo die Teilchen klein genug sind, dass sie in der Lösung bleiben. Sie bleiben also in der wässrigen Lösung, sie sind also zu klein und damit auch zu leicht runter zu sinken und bleiben dann drin. Fangen wir immer wieder mit dem Wasser an, das ist am einfachsten. Luft geht auch. Jetzt sind die Partikel also klein genug, dass sie in der Lösung bleiben. Das liegt daran, weil die Kräfte zwischen den Partikeln und der Lösung, die intermolekularen Kräfte, gleichen sich aus mit den anderen Kräften, die da noch sind, vor allem mit der Schwerkraft, die die nach unten sinken lässt. Und was ist jetzt ein Beispiel, was ein typisches Beispiel für einen Koloid? Das ist zum Beispiel dieser, das ist ein Pudding. Das ist ein Pudding. Da ist es so, dass die Teilchen drin bleiben und oder Grütze. Grütze ist so etwas und du kannst es eben im Kühlschrank lassen. Es bleibt eben immer gleich, es verändert sich nicht mehr. Es bleibt einfach immer so das Gleiche letztendlich. Ein anderes Beispiel ist Nebel. Da hast du Wassermoleküle innerhalb einer Luftmischung oder du hast Rauch und im Rauch hast du also feste Partikel in der Luft und man nennt diese beiden, wenn etwas in Luft gemischt ist, dann nennt man das Aerosol und zwar egal, ob das eine Flüssigkeit oder ein Feststoff in Luft ist, man nennt das beides Aerosol und sie werden einfach immer in der Luft drin bleiben. Also Nebel wird immer Nebel bleiben und Rauch wird immer Rauch bleiben. Und was passiert, wenn die Teilchen noch kleiner sind als 2 Nanometer? Jetzt muss ich erstmal hier alles weglöschen. Unter 2 Nanometern, was passiert da? Wenn die Teilchen mehr, kleiner als 2 Nanometer sind, dann komme ich in den Bereich einer Lösung. Und das ist wirklich jetzt sehr wichtig im Alltag. Und in deinem Haus beispielsweise hast du oft eine Suspension und am Anfang denkst du vielleicht, das ist eine Suspension und dann stellst du fest, es ist vielleicht keine Suspension, sondern ein Kolloid und die Dinge bleiben dann so. Und in einer Lösung ist es so, dass es auch so bleibt. Und eine Lösung ist wirklich das Wichtigste. Also eine Suspension und ein Kolloid gibt es eigentlich nicht so oft. Und die meisten Sachen in der Chemie sind in der Tat einfach eine Lösung. Und du hast es oft auch in Gleichungen. Beispielsweise du hast ein X und wenn X in Wasser gelöst wird, dann macht man eben ein kleines AQ dahinter. Das heißt, es ist in wässriger Lösung und das X ist in wässriger Lösung gelöst. Und dann nennt sich das X, nennt sich ein Solut oder der Stoff, der gelöst wird. Also das Ding, das aufgelöst wird, nennt man Solut. Und dann gibt es noch das Solvent und das ist letztendlich das Lösemittel oder man nennt das das Ding, was eben das Solut auflöst. Beispielsweise nennen wir Natriumchlorid in wässriger Lösung. Natriumchlorid in wässriger Lösung schreibt man so NaCl und das AQ in Klammern. Da ist es so, das Natrium ist ja positiv, das Chloridion ist negativ. Wenn du das Ganze jetzt in Wasser gibst, was passiert da? Und jetzt zeige ich nochmal das Wasser auf. Das habe ich ja schon x-mal gemacht. Du hast also hier deine Wassermoleküle und es ist ja partiell positiv und negativ. Beim Sauerstoff ist es negativ. Und da hast du jetzt das relativ große Natriumkation und das trennt sich dann von dem Chlorid. Und dann passiert natürlich Folgendes. Das große positive Natriumion geht eher so an die negativen Sauerstoffanteile vom Wasser und umgekehrt. Das negative Chloridion geht mehr so an die positiven Wasserstoffanteile. Und deswegen ist es so, dass wegen dieser gewissen Ladung vom Wasser die Ionen eben daran binden und dadurch sind natürlich die Atome, Natrium und Chlorid, schön voneinander getrennt und haben Kräfte und bleiben schön in dieser Lösung. Und übrigens 2 Nanometer, das ist immer noch ziemlich groß, das erlaubt auch größere Moleküle durchaus in Lösung zu gehen. und nehmen wir beispielsweise mal Cäsium. Das Cäsium-Atom ist also riesig groß, das ist eigentlich eines der größten Atome. Es ist 2 bis 6 Angström groß und ein Angström ist ein Zehntel Nanometer, also haben wir 0,026 Nanometer. Und nehmen wir mal an, wenn du dir das Ganze dreidimensional vorstellst, dann ist es immer noch so, das Cäsium ist zwar riesig groß, aber ist immer noch kleiner als 2 Nanometer und wird deswegen in Lösung gehen und wird kein Chlorid werden. Und das habe ich dir nur noch mal gesagt, dass du eine Vorstellung von den Größenverhältnissen bekommst. Und die nächste Frage ist jetzt, wie messe ich diese ganzen Sachen eben? Und es gibt da einige Begriffe, die wollte ich dir jetzt noch mal erklären. Das erste ist erst mal die Mol-Fraktion. Die Mol-Fraktion und das ist einfach die Anzahl der Mol von dem gelösten Stoff geteilt durch die Anzahl der Mol in der gesamten Lösung. Also die Mol von dem Lösungsmittel plus die Mol des gelösten Stoffs. Und wir haben das beispielsweise mal beim Partialdruck gemacht. Und da haben wir ja schon mal gesagt, was ist der Gesamtdruck, beispielsweise von Sauerstoff in der Mischung. Und dann hast du noch das multipliziert mit der Anzahl der Partikel und dann hast du die Gesamtzahl gehabt. Und ganz ähnlich ist es eigentlich in der Lösung. Da gibt es dann noch zwei Begriffe, die wichtig sind. Der erste Begriff ist Molarität. Nicht zu verwechseln mit Moralität. Das ist was ganz anderes. Und die Molality, Molalität. Und die Molarität klingt jetzt erst mal recht gut. Das klingt so ähnlich wie Moralität. Und du hast das Molare hier drin. Aber in meiner Vorstellung ist eigentlich die Molarität eigentlich nicht so gut geeignet, wie es definiert. Ich habe also die Mol des gelösten Stoffes, also was du letztendlich auflöst, geteilt durch Liter der Lösung. Und ich mag das, die Molarität eigentlich nicht so gern. Und ich finde die Molalität sinnvoller, weil die Anzahl der Liter von Lösungen, die variiert natürlich. Das ändert sich natürlich. Die ist jedes Mal anders. Wenn du etwas in größeren Mengen auflöst, würdest du die Molarität ändern. Und dann ist es eben so, auch je nach Temperatur und Druck wird sich das natürlich, die Anzahl der Liter auch in dem Gas auch verändern. Und deswegen finde ich das eigentlich nicht so sinnvoll, um die Konzentration zu messen. Die Molalität ist wieder die Mol des gelösten Stoffs. Also der Zähler ist in beiden Begriffen ist gleich und ist also die Anzahl der Partikel, die wir haben, geteilt durch die Masse des Lösungsmittels in Kilogramm. Und da ist es einfach egal, wo du bist, auf welcher Höhe, ob du oben auf dem Berg oder unten im Toten Meer bist, da wird die Masse eben sich nicht ändern. Die wird also immer gleich bleiben. Die Temperatur kann sich ändern, der Druck kann sich ändern, aber die Masse, die wird immer gleich bleiben. Und deswegen glaube ich, dass die Molalität letztendlich der bessere Begriff ist. Und vielleicht mache ich da auch mal eine Übung, um da eben das gut voneinander zu unterscheiden, die Molalität und die Molalität. Und wenn du einfach die Definitionen kennst, dann ist es eigentlich nicht so schwierig, wenn du dir das anschaust, wird da immer wieder gefragt und wird auch dann gerne mal wieder verwechselt. Und du solltest dir einfach nur merken, ja, das eine ist in die Liter und das andere ist eben die Kilogramm. Wir sehen uns im nächsten Video.